Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu der Bestrafung, also meiner Olympiade-Bestrafung. Peter hat gesagt, spiel doch mal einen Shooter mit Lenkrad. Dann ist mir aber direkt selber eingefallen, das hat er ja schon gemacht. Und ich weiß nicht, wieso ich dabei geholfen habe, aber die Idee war dann, warum benutzen wir nicht sowas? Um einen Shooter zu spielen. Ich freue mich drauf. Die Theorie dabei ist, es gibt neun Tasten. Warte, ich lege das Ding mal auf den Boden. Diese tolle Anleitung war dabei. Ich finde es schön. Da USB-Port. Wichtig. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich gehört es zur Bestrafung auch, das Ding einzurichten und zu konfigurieren, dass es überhaupt funktioniert. Aber damit werden wir einen Shooter spielen. In meinem Kopf funktioniert das so. Links, rechts, vorne, hinten und dann irgendwie, was weiß ich, schießen, nach... Ne, Moment. Links drehen, rechts drehen, schießen, nachladen. Oder irgendwie so. Oder nachladen, schießen. Das wäre zumindest so die Grundsteuerung, die man bräuchte. Ich schließe das Ding jetzt mal an und versuche es einzurichten. Sollte das... Ja, wenn mich das aufregt, dann zeige ich euch das sofort. Ja, hat funktioniert. Ging sogar relativ easy, muss ich sagen. Pass auf. Einfach Joy2Key runterladen. Ich habe jetzt jedem dieser Dinger hier eine Taste zugewiesen. Und das funktioniert auch. Also hier ist jetzt Maus rechts. Ja, da ist die Maus. Wenn ich jetzt da drauf trete... Moment. So. Dann geht die Maus nach rechts. Wenn ich auf den anderen drehe, geht die logischerweise nach links. Also, links und rechts haben wir drin. Ja, das funktioniert. Finde ich ganz schön geil. Ansonsten haben wir zur Tastenerklärung nochmal. Haben wir hier ist schießen, nachladen, hinten, rechts, links, vorne, links und rechts gucken. Und naja, ganz ehrlich, wir brauchen wir für COD auch nicht. Ich finde das immer noch ein bisschen faszinierend, muss ich sagen. Heute spielen wir immer nur mit den Füßen. Wobei, das wird halt hier so ein... Ich habe das Gefühl, das wird so ein Dance. Aber, ja, ich kann nicht tanzen. Okay, wir spielen Hardpoint auf Crossroads Strike. Jeder, der jetzt hier gefragt wird, ja? Kann das immer sowas von peinlich sein? Okay, da links ist der Hardpoint. Warte, gleich habe ich mich gedreht. Oh, ich muss hier weg. Ich habe Kill gemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann nicht rennen. Also, das ist auch ein bisschen belastend. Ja, das ist gut. Alter, ist das kompliziert. Es gibt übrigens noch zwei andere Tasten. Also, es gibt noch Start und Select. Die habe ich aber nicht belegt. Tut mir übrigens leid für jeden, äh... Der aktuell mit mir im Team spielen muss. Eigentlich auch so? Alter! Scheiße, der hat mich gesehen. Halt! Bleib hier! Als wenn das hier Spaß machen würde. Ja, up your game! Ab deine Mutter, ey! Da kommt einer raus. Okay, hinter uns ist einer. Gerade egal. Ja! Da ist der zweite Kill! Easy! Ja! Ich habe wieder da rumgestellt, aber... Hey, hier ist doch so ein Ding. Ich kann nicht nach unten gucken. So eine Scheiße. Ich kann nichts dagegen tun. Oh, da muss man klettern. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann nicht klettern. Ich bin in der Sackgasse angekommen. Erste Spiel verloren. Wie Best Play. Best Play war ja wohl mein Kill. Also, Satellite Team Deathmatch. Äh, Team Deathmatch ist genau mein Modus. Okay, wir haben die Steuerung erweitert. Oben, Granate werfen. Also, die ist zwar jetzt schon weg, aber hey. Da rechts! So schnell kann ich mich doch nicht umdrehen. Junge! Granate! Oh! Ähm, Hilfe! Da! Da liegt's! Da ist der Fight! Scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, dreh dich um! Dreh dich um! Da rechts! Ich hab ihm Schaden gemacht! Nein! Da kam der von da! Oh, das ist zu gut! Ha! Trotzdem gewonnen! Das folgende Match werde ich mit den, äh, Händen hinterm Kopf spielen. Damit's noch ein bisschen schwieriger ist, das Gleichgewicht zu halten. Wenn man halt hier durch die Gegend eiert. Hardpoint located. Ja, Leute, ich bin gleich am Start. Nein, sei nach! Er trifft genauso schlecht wie ich, aber... Guck mal, wie ich ihm ausgewichen bin! Erstmal Granate... Jetzt schmeißt die doch nicht da rein, du Idiot! Schießen! Nein, das wär's... Da wär der Kill gewesen! Oh, komm ich da rüber? Wie komm ich da gar nicht rüber? Ich kann nicht springen, Leute! Ich kann nicht springen! Wie bescheuert ist das denn? Oh, Mann! Ja, ich komm später! Ah! Oh, Gott! Okay, Sieg! Jawoll! Zu guter Letzter Runde in Newtown! Die hab ich schon ewig nie mehr gespielt! Weißt du was? Warten jetzt! Bis hier einer kommt! Er ist für Toads! So ne Scheiße! Oh oh! So langsam ist es frustrierend! Überraschuuuung! Bringt nix! Ich hab Kill gemacht mit der Granate! Er kommt doch! Nein! Ich hab zumindest Damage gemacht! Nein, 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 nein! Komm da raus! Nein! Schieß doch! Das gibt's nicht! Das kann nicht wahr sein! Das war extrem frustrierend! Dann sind wir überhaupt kein Bock mehr! Fast eine Stunde gespielt! Reicht mir jetzt auch! Äh, Tanzmatte kann ich für COD nicht empfehlen! Ähm, ja! Vielen Dank fürs Zuschauen! Äh, tschüss! Hahaha! Das war's für heute.